Sie suchen nach einem Camcorder, der mehr kann als nur Videos aufzeichnen? Dann habe ich hier genau das Richtige für Sie, der Somicon DV853IR. Das Leichtgewicht ist Full-HD-Videokamera, Überwachungskamera, Nachtsichtgerät und Webcam in einem. Auch 16 Megapixel-Fotos und Bilderserien gelingen damit spielend. Der schwenkbare Touchscreen-TFT ermöglicht Ihnen eine intuitive Gestensteuerung. Neben dem internen Speicher steht Ihnen dank der zwei SDHC-fähigen Kartenslots so viel Speicherplatz zur Verfügung wie noch nie. Zu den Premium-Extras gehört die Infrarot-Nachtsicht-Funktion, die Ihnen Sehvermögen bei vollkommener Dunkelheit sowie verbesserte Sehkraft bei schlechten Lichtverhältnissen gibt. Besonders clever ist auch die integrierte Bewegungserkennung. Über diese startet die Kamera Videoaufnahmen automatisch, sobald etwas vor der Linse passiert. Und wenn Sie es genau wissen wollen, schalten Sie den Camcorder in den Makro-Modus. Schon kommen selbst kleinste Details noch schärfer ans Tageslicht. Neue Energie tankt der kraftvolle Spezialakku an der Steckdose. Sollte ihm jedoch tatsächlich mal die Puste ausgehen, greifen Sie einfach zu handelsüblichen Batterien. So entgeht Ihnen kein wertvoller Videomoment. Verewigen Sie Ihre Erlebnisse in brillanter Full-HD-Qualität. Dann macht das Ansehen auch in vielen Jahren noch richtig Spaß. Also, greifen Sie schnell zu.